Aufgabe erfüllt Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen Wir schaffen das Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen Okay In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt Hier sind die Koordinaten Okay Aber ich bin echt froh, dass ich das Ding jetzt bei hatte Das war super Kapitel 8 Oh, es geht voran Oh, es geht voran Das ist so schön Hi Hi Sind die alle tot? Du bist tot? Du auch Geht mir jetzt vor allem darum, hier einen Necromorphen zu enttarnen Oh Gott Spack more, Alter Und hör noch mehr Stimmen, das ist ja überhaupt nicht schlimm Ne, ne, ne Ähm Machen wir gleich Noch ein Shop So Ähm Wir nehmen davon Eins mit Wir nehmen Die mit Und wir nehmen Und wir nehmen die mit Dann haben wir Dann haben wir Dann haben wir im Endeffekt noch Drei oder vier Slots frei Passt das erstmal? Zwei Ach du Kacke Okay Zwei ist mir deutlich zu wenig Dann sichern wir so eins wieder Weil kann ich noch was kaufen? Ich hab so viel Geld Ich will davon was kaufen So Zwei Energieknoten mitnehmen Die können nie schaden Die können echt nie schaden Hören wir uns das mal an? Alle Teams Hier spricht Caleb Synogiologe der Lenkfortschicht 1 Etwas ist in der Ansage Wir haben drei Leute verloren Und erreichen Schicht 4 nicht Hier kommt der Transport Alle man bereit halten Falls da noch mehr sitzt Wir verlassen unsere Schicht Und gehen nach oben Alle sind angewiesen Das gleiche zu tun Kommunikation entspannt Geht Ruhe an Caleb Das ist noch mehr Knall dir Knall dir Das war nicht gut Also Hier unten sitzt was Und macht auch schon Krach Und Das wollen wir uns jetzt angucken gehen Nachdem ich gespeichert hab Denn In diesem Spiel will ich wirklich Jeden Speicherpunkt nutzen Das ist einfach so Oh fuck So wirklich so Oh fuck Eigentlich hätte ich jetzt auch gesagt Ich mach hier Schluss Aber irgendwie ist mir grad danach Noch voll weiter Action zu schieben Also das richtige Action mal Wow Die hat's alle erwischt Und hier ist noch ein Energieknoten Jetzt hab ich einige Ganze sieben Alter 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 Was war das? Unlustige Geräusche Sind Sind Und lustig Da stand da Vergessen sie nicht Ihre Wig Zu synchronisieren Was heißt das denn Bitte Und du willst mir noch nicht erzählen Dass du tot bist Ja leck mich am Arsch Alter Alter Das war Über Haupt nicht Übertrieben Nö Und ich bin auch nicht am Arsch Wie sonst was Ey Das war krass Ich mach die erstmal auf Cool Ich benutze einen Energieknoten Und ich finde Einen Energieknoten Und ein Schema Anzug Level 5 Oh Wow Dieses Spielzeug Hätte ich gerne Da ist mir jetzt auch Dieser kurze Weg zurück Egal Oh Wow 20 Slots Gegenstände im Shop Sind 10% Günstiger Oh Wow Her damit Definitives Her damit Alter Oh Wow Mehr kann ich dazu Nicht sagen Oh Wow Das ist ein Geiles Teil Das sieht mir Ja Schön aus So Das sieht vor allem So Das hat was Vor allem mit diesem Sauerstofftank da hinten Das ist super cool Tatsache Es ist alles billiger geworden Geile Scheiße Wow Wow Ähm Achso Die ist sogar voll Die Rick Okay Ähm Passt das so Passt das so Ja So 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 Mit meinem hübschen Neuen Anzug Geht es dann auf Auch wenn dieser Sauerstofftank so ein bisschen Die Sicht blockiert Dahinter ist ein Energieknoten Da wollen wir also auf jeden Fall hin Oder ist das ein Energieknoten Dingens Das ist ein Energieknoten Dingens Geil Geil Da ist auch einer rausgekrochen Oh wow Stase Habe ich Hätte ich gerade benut Oh wow Das hat schon wieder irgendwo was mit dem Blut Aber oh wow Das war nicht gut What the Ich hasse es Dass sie meinen Immer von zwei Richtungen Kommen zu müssen Ich habe Okay, haben wir da nur noch diese Krabbler hinter, oder? Kommt da auch noch irgendwas bedrohliches. Na komm, macht weg. Oh, könnt ihr nicht mal alle auf einmal kommen, oder so? Ha. Ihr solltet lieber direkt hinter uns sein. Wir hinterlassen haufenweise rückende Leichenteile. Kaleb, komm! Vor uns rotten sich mehrere von denen zusammen. Ich kann sie sehen! All in der Bewegung! Los, los, los! Wow. Ich finde diese Audiologs auch immer nutzloser. Das ist super. Und dieses Geräusch wäre mir nicht gefallen. Sehr gut. Die Asche zeigen sich, Isaac. Und hier im Ruhm zittert euch. Und wenn ich das tun, denn ich auf dich warte. Okay! Wieder sowas, wo ich mich frage. War das nötig? Go to Admin Office steht da. Ja, ich kann nur hier lang. Halbleiter Rubin. Das lohnt sich echt, in diesem Spiel sich einfach mal umzugucken. Das ist total cool. Aber das war doch nicht alles. Warnung flüchtig! Da sind Leute! Isaac, hier drüben! Die Tür ist blockiert. Sie wird warten. Die letzte Verteidigung eines Zurückgelassenen. Bekommen Sie die Tür auf? Nein. Die Schaltkreise sind durch. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinger auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Schrauben nach dem Dabeln. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Doch die ist für Menschen ungeeignet. Schritt drei. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Abschiebung ungeeignet. Alles ist die, wenn es sich unbedarf kann. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Strauss. Ich bin gleich da. Straussi-Wassi. Hallo. Hallo. Guck mal her. Hallo, Strauss. Ich bin hier. Hallo. Nein, nicht. Meh. Wir speichern nochmal auf diesem Punkt. Denn wir bestätigen. Dibidibidibidibidididu. Zwei Wege. Da ist ein Lüftungsschacht, aus dem was rauskommen könnte. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Weiß nicht warum, aber ich glaube, ich will das Spielzeug haben. Lüftungsschacht, Lüftungsschacht, Weg, Bench. Stäbe. Hier kommen Gegner. Direkt in meinem Gesicht. Nichts. Überflüssig. Also. Ähm... Ich hab jetzt 8 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Aber ich will auch einen behalten, auf jeden Fall. Ich lass es dann erstmal so. Ja.